Wir müssen irgendwie unbemerkt in das Gebäude kommen. Da vorne steht eins der Kellerfenster auf Kippe. Wenn Käpt'n Tolle hineinfliegt und uns von innen... Immer mach ich die Plagerei. Was wärt ihr bloß ohne Papagei? Ohne dich sind hier nur drei halbe Playmots. 1,5 Playmots. Na gut, na gut. Was man als Freund nicht alles tut. Das ist eng. Ich kann gar nicht hinsehen. Er schafft es. Er ist drin. Los Tolle, du musst das Fenster ganz zudrücken. Das ist aber ganz schön schwer. Ich bin Papagei und kein Bär. Prima. Und jetzt pack den Griff und dreh ihn um 90 Grad. Ja, das waren 90 Punkte Tolle. Kommt, ich gehe zuerst. Ja, ha, ha. Rrr, rrr, ha, ha, ha.